hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ios 13.2 beta 1 ist da und hat eine ganze menge mitgebracht sehr interessante leaks und neue funktionen und änderungen die gehen wir jetzt direkt mal durch und ich starte direkt mal mit den leaks denn in der software von ios 13.2 haben entwickler hinweise auf die airpods 3 gefunden oder sagen wir mal ein icon das auf die airpods 3 dritte generation hindeutet und das ist das hier da kann man schon deutlich erkennen das werden kopfhörer seien die auch ins ohr eingesteckt werden aber höchstwahrscheinlich mit active noise cancelling denn die gleichen schon sehr hier den leaks die vor kurzem hochgekommen sind von diesem case und diesen leeren hüllen wenn man das man vergleicht das sieht schon absolut passend aus von daher können wir mal davon ausgehen dass die airpods 3 so aussehen werden und vielleicht schon jetzt im oktober ende oktober in einem neuen event vorgestellt werden und dann mit active noise cancelling ja da freue ich mich drauf so sieht das case dann aus also ein league in ios 13.2 die airpods 3 sehr schön aber es gibt noch viel mehr zu entdecken unter anderem hier in der kamera app dort ist jetzt der deep fusion mode aktiviert das heißt bei den neuen iphones natürlich nur nicht bei den älteren modellen das heißt alle drei kameras oder zwei kameras je nachdem welches modell es gibt werden hier zusammengefasst oder all die daten der kameras werden zusammengefasst um ein noch schärferes und besseres detailreicheres bild darzustellen also der deep fusion mode ist jetzt aktiv allerdings findet man ihn nirgendwo hier um in aktiv einzuschalten sondern er ist automatisch dann aktiv um die kamera und bildqualität dann zu verbessern bei den neuen iphones eine weitere änderung gibt es hier bei der lautstärke anzeige wenn ich die mal drücke seht ihr dass die sehr sehr flott wieder ausblendet also das wurde verkürzt die zeit wo die angezeigt wird und auch diese animation wenn sie verschwindet die hat sich auch geändert also die sieht jetzt finde ich besser aus ja also da eine kleine änderung aber da hört die ganze sache noch nicht auf wenn wir das kontrollzentrum öffnen und mal hier einen 3d touch machen auf die lautstärke dann sehen wir dass das lautstärke icon aus dieser lautstärke war rausgewandert ist hier oben drüber und hier unten ja da sehen wir gar kein icon gar kein symbol mehr drin also das hat sich geändert das gilt auch hier für die helligkeit also auch dort das helligkeit icon jetzt über der anzeige und nicht mehr in der anzeige drin wenn ich jetzt mal hier kurz meine airpods verbinde dann kann man sehen dass hier das airpods icon auch hier in der bar angezeigt wird also in der lautstärke anzeige wenn ich drauf klicke dann ist es allerdings wieder hier oben dann das icon und nicht mehr in der eigentlichen lautstärke anzeige drin schauen wir mal kurz wie das hier beim seitenmenü aussieht ja da werden die airpods dann auch immer noch angezeigt allerdings dann hier direkt in der anzeige drin und nicht runter über darüber da kann man sehen dann sind mir hier noch ein paar änderungen aufgefallen hier bei den bei der schriftart oder bei der schriftfarbe schaut mal her wenn ich hier in die home app in dieses icon reingehe dann ist da oben die schrift ganz schwarz sehr sehr schwer zu erkennen das sieht überhaupt gar nicht gut aus genau das gleiche hatte ich auch und wenn ich muss kurz mal schauen wo war das denn irgendwo hier hatte ich das noch gehabt ja genau hier bei der bei der mikrofon aufnahme auch da ist hier oben die schrift jetzt schwarz geworden und nicht mehr weiß sehr schwierig zu erkennen ich hoffe mal ich denke mal das werden sie bestimmt noch mal ändern als ich die apple tv app nach dem update geöffnet habe habe ich hier diesen neuen splash screen bekommen der dann beim allerersten mal noch mal angezeigt wird den hatte ich vorher glaube ich auch noch nicht gesehen dann noch eine kleine neuigkeit hier für siri die wird in zukunft dann auch ja trittanbieter apps für das messaging besser unterstützen wie whatsapp und was es sonst noch alles gibt denn auch wenn ihr zum beispiel mit einem kontakt sehr viel schreibt und ihr schreibt aber nicht über ein message sondern eher hier über whatsapp und ihr sagt dann siri soll der personen nachricht schicken dann wird sie das automatisch in der von euch am häufigsten benutzten app dann tun also zum beispiel in whatsapp und das ist dann gut weil sonst probiert siri oder macht siri ja immer nur alles hier mit einem message und das benutzt ja eben nicht jeder finde ich eine sehr sinnvolle erweiterung die apple hier reinbringen wird wenn wir einen 3d touch machen auf einen ordner dann bekommen wir hier eine neue option oder neues icon beim umbenennen das ist nur noch so ein kleines stiftchen vorher war das auch so ein kasten gewesen also da ein kleines neues icon beim umbenennen bei ordnern und eine neue änderung in der fotos app wenn ihr da rein geht hier unten unter fotos also all eure fotos und dann ganz nach oben scrollt seht ihr dass wir jetzt den text hier oben in einem extra bereich angezeigt bekommen und vorher war der text dann hier über den letzten fotos drüber und das war natürlich ein bisschen unübersichtlich das wurde jetzt hier geändert sehr schön gehen wir mal in die einstellungen rein unter den punkt datenschutz denn da gibt es eine neue option oder einen neuen punkt der nennt sich research und wenn wir da drauf gehen bekommen eine kleine erklärung das ist also eine extra app die man sich dann später runterladen kann um an irgendwelchen studien gesundheitsstudien wahrscheinlich hauptsächlich teilzunehmen wo dann auch sensordaten hier zum beispiel von der apple watch geteilt werden und so weiter und so fort also aktuell gibt es da noch keine app zum runterladen aber der punkt research der wurde hier schon mit eingebaut ebenfalls in den einstellungen unter dem punkt allgemein gibt es jetzt hier den punkt airplay und handoff der hieß vorher nur airplay und wenn man da drauf geht sieht man auf homepod übertragen oder handoff teilen auf homepod übertragen ist zum beispiel wenn ihr nach hause kommt ihr hört noch musik hier auf eurem iphone mit euren kopfhörern und wollt das auf euren großen homepod lautsprecher bringen dann müsst ihr einfach nur euer gerät über den homepod lautsprecher drüber halten und dann wird das quasi nahtlos übergeben der spielt die musik weiter und auf dem iphone hört das ganze dann auf also deswegen heißt das ganze jetzt hier airplay und handoff gehen wir noch mal zurück und in den punkt hintergrund bild und neuen hintergrund auswählen und dann wähle ich einfach mal hier einen hintergrund und dort bekommen wir jetzt hier eine erklärung was ja muss ich zugeben habe ich mich in der letzten zeit getäuscht was das hier immer für ein icon ist ich dachte immer das wäre für den dark mode ich war mal der 100 pro sicher aber ich wurde da schon von anderen zusehern korrigiert und jetzt steht es ja auch dabei das ist für die perspektive ein und auszuschalten also der button der wird endlich erklärt danke apple dann verstehe ich das jetzt auch also eine neue erklärung für diesen knopf und dann öffnen wir noch mal hier die apple watch app und sehen dort dass jetzt hier die serie 5 die ich auch gerade hier am handgelenk trage dort gezeigt wird das kann man allerdings nur dadurch erkennen dass jetzt hier die neuen wallpaper angezeigt werden ansonsten sieht die serie 5 ja genauso aus wie die serie 4 tja und das waren so die größten neuerungen und änderungen die mir hier aufgefallen sind freunde wir schauen noch mal kurz in die updates rein oder in die infos von dem update und zwar auch auf den speicherplatz also das update war bei mir groß 2,98 gigabyte auf dem iphone 7 also ein sehr großes update das komplette betriebssystem wurde einmal komplett neu aufgespielt bei dieser größe hier und wir schauen mal auf den speicherplatz den ich vor dem update frei hatte das waren 75,18 gigabyte und hinterher hatte ich 77,55 also über zwei gigabyte habe ich hier noch mal dazu gewonnen dann okay natürlich ganz zum schluss gibt es noch mal den geekbench wie gewohnt und das hier sind die ergebnisse von ios 13.2 beta 1 3545 im single core und 6097 im multi core score und das sagt uns im direkten vergleich mit der vorherigen beta dass sich da eigentlich gar nichts großartig geändert hat also performance mäßig gibt es da nichts neues zu berichten aber so richtig interessant finde ich war die sache ja hier wegen dem airpods league die airpods 3 mit active noise cancelling da freue ich mich riesig drauf denn ich mag ja die airpods sehr ich benutze die auch viel im training oder auch zu hause unterwegs aber ja es kommt halt sehr viel außen geräusch hier immer durch und da freue ich mich drauf wenn da active noise cancelling mit reinkommt das ist eine tolle sache so aber das soll es für heute gewesen sein freunde ich hoffe es war interessant für euch und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei mir ab verkehrt macht's gut